Deutscher Logistik Kongress 2021. Wir freuen uns, dass es losgeht. Chancen nutzen, adapt to lead ist das Motto und wir Gäste nutzen die Chance zum diskutieren, um den tollen Vorträgen zu hören und um uns endlich wieder zu netzen. Los geht's! Es ist einfach toll mit meinem Team, mit meiner Firma hier alle wichtigen Partner aus der Logistikbranche zu treffen, das insbesondere nach der Corona-Zeit wieder alles in Präsenz stattfinden zu lassen. Ja gut, in der Hauptstadt ist immer was Besonderes. Ich selbst komme vom Land, nähe vom Bodensee, da ist Berlin Großstadt. Wenn man von Land kommt, ist es natürlich auch was Besonderes. Ja, Berlin ist schon die tollste Stadt in Deutschland, anders kann man das gar nicht formulieren und man hätte keinen besseren Standort für den WVL auswählen können. Der 38. Deutsche Logistik Kongress, wo wir jungen Kollegen sagen würden, Hashtag DLK21 ist eröffnet.